Ich habe auch das Tape vom Anfang gegrappt, wo er reingeht. Ja. Ah ja, drücke einmal den Wickenknopf. Ähm, ich sitze, deswegen später kann man Höhe verstellen. Ähm, jetzt muss ich kurz aufstehen, später kann ich Höhe verstellen, genau jetzt hier. So kann ich jetzt die Höhe verstellen, kann ich so gucken, Sniff Ones, zwei, drei, äh, ja, Springtrap, Sheikah, Bonnie, Mangle, ich hasse Mangle, die Mangle-Levels sind so scheiße schwer, ah, Sniff Ones, ähm, boah, ich hoffe es geht, gut. Ah, scheiße, jetzt muss ich, hier und hier, kann ich dort gut hin, ja, ich hoffe, ja, ja, hallo, passt, easy, tschüss, passt, ah, hier ist ein Tape, ah, okay. Oh, passt, easy. Jetzt nochmal eins, also wirklich. Irgendwann geht auch dieser Fernseher aus, aber ich glaube, er ist in der sechsten Nacht. Hoffentlich könnt ihr es auch so gut sehen wie ich, das werde ich dann später in der Aufnahme sehen. Eigentlich interessieren mich die paar hier, lecker, hm, oh, da ist ein Coin, oh. Ja. Also, muss ich mal Milch wegräumen, also wirklich. Ja, Bonnie ist auf dem Weg, schmeißen wir schon mal Milch zu ihm raus, zu ihr, ja, eher zu ihm. Ja, ich hoffe, dass nicht Trumps gefährdet, weil sonst würde ich so hart rumschreuen. Noch nie. Danke. Weil ich leicht Schiss habe vor denen. Und ja, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist absolut scheiße. Äh, der ist hier rein. Stimmt's oder hab ich recht? Ja, du bist hier rein. Ja, mir gibt's hier eh nicht zu sehen, gerade. Fuck, sie ist nicht da. Der ist out of order. Warum? Chica. Chica ist hier, passt. Easy. Die sind zwei nebeneinander, die kämen. Wenn sie da was tut, dann bewegt sich Chica oder sie. Ja. Ähm, wo ist er hin? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Bitte, leuchte einmal. Ach, da ist er, oh mein Gott. Oh nee, ich hab gar keinen Bock darauf gerade. Was er hier kommt. Jetzt schon. Oh. Oh, du Wichser. Ah, jetzt hier. Hier, hier. Hallo. Keinen. Oh, du Scheiße. Hier ist Chica. Hier ist Freddy. Hier ist Faxi. Okay. Oh, okay. Alter Vater. Habe ich hier viel zu tun bei diesem Job. 3 Uhr 50% ist gut. Also nicht für die erste Nacht. Warum habe ich hier keinen? Bist du eigentlich noch da? Ach du Scheiße. Du bist ja noch da hier. Ach du scheiße. Du wirst mich doch verarschen. Ich will nicht gechams gett werden. Oh, dass ich es weiß. Ich sehe ihr Dings durch die Wand durch. Ich sehe ihr Dings durch die Wand durch. Ah, das ist ja geil. Ich habe so gar keinen Bock gechams gett werden. Bitte. Ja. Oh, ich bin safe. Oh, okay. Oh Gott. Kann ich mich auch hier irgendwie unter dem Tisch verstecken oder so? Wie geht das hier? Oh, ein bisschen mehr. Oh, noch ein Coin, Alter. Das ist immer im Boden drin, Alter. Ach du Scheiße. Ich muss nämlich hier runterfahren, Alter. 11% sollte ich vielleicht aufmachen. Chica ist weg, aber ich will es nicht riskieren. Also ich will es eigentlich nicht riskieren, aber tue ich es trotzdem? Ja. Ja. Oh, nee. Ja, ich habe es geschafft. Oh. Zum Glück. Oh Gott, Alter. Es wäre auch Energie aus gewesen. Hm. Hm. Das liegt mir nicht so in der Fress. Ein Energy-Trink, Alter. Oh, ich habe mit samter Dose gewesen. Das ist nicht gut. Ah. Hm. Noch zwei. Und machen wir in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Oder wollen wir noch hier Chica machen? Ja, wir machen. Boah, nee. Weiß habe ich ohne euch gemacht. Und das auch sehr, sehr schlimm war. Und wir lassen uns jumpscannen, by the way. Ja. Wir lassen uns. Müll auf Augenhöhe sein mit dir. Bruder. Bruder. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. The same order, wie ich sie removed habe. Du warst da drin. Also, ich hätte glaube ich mit dem an die Seite, ja. War dumm. Aber jetzt haben wir auch mal einen Chumps gehabt und der ist gar nicht mehr so schlimm. Ah, schade. Hm, geht nicht, schade. Ja, dann war es jetzt mal die erste Nacht. FNAF ONCE und wünsche euch noch einen schönen Tag mit der ersten Folge. Bis seit langem. Ciao, ciao.